Vor allem hat er auch voll abgenommen, ne? Also jetzt nicht von gestern auf heute, sondern halt von von damals, so nach Anfang seiner Karriere nach jetzt so. Chris Brett. Was heißt Anfang seiner Karriere? Auf jeden Fall halt von von vor Guardians of the Galaxy. Ich weiß nicht, wann ihm seine Filmkarriere angefangen hat. Ich habe in den Chat geguckt. Ich glaube, die Musik in der Beta-Version von jedem Level, dies tut einfach nur irgendwelche Geklopfe auf Rohre. Mit ganz viel Schall. Irgendwie sowas. Kennt ihr noch diese hässlichen, diese hässlichen Puppen? Spreads oder wie die hießen? Gibt es die noch mit dem großen Kopf? Voll hässlich. Ich fand die damals voll scheiße. Ich habe zum Glück auch keine bekommen. Lass das bitte als gecheckt. Ja, dankeschön. Ja, das sieht so aus, ob es da weitergeht. Der leuchtet so geil. Oh Mann, ich liebe diesen Kristallnackler. Na klar. Na, den einen wollen wir aber noch mitnehmen. Den Wumperfrucht. Zum Glück können wir von denen nicht getötet werden. Also von denen als Vieh selbst. Nur von dem Strom, was es macht. Wäre jetzt natürlich lustig, wenn wir hier gar nicht alle Kisten holen könnten, ne? Das ist ja auch nicht lustig, wenn wir hier gar nicht. Ich merke aber hier auch das Geräusch, wie ihr hier in das Gitter rein fasst. Das war ja vorher immer so klong, klong, klong. Und jetzt ist das so richtig, ob man da so dran krapscht mit den Fingern. Hier gibt es übrigens auch in riesig ein Crash Team Racing. Richtig groß. Dein Kaffee ist kalt. Dann macht er doch einen neuen. Der Penis, holt er doch in die Waschmaschine, in die Mikrowelle. Ja, Ingenlabor. Kann man das eigentlich abbrechen? Nee, ne? Ist mir gestern noch aufgefallen. 10 von 25 Kristallen. Du bist auf dem richtigen Weg. Mir geht die Energie aus, was die Kommunikation schwierig macht. Denk daran, ich zähle auf dich. Ich würde mir gerne wissen, was er da gesagt hat. Guck mal, du Brüder. Hallo, ich will nichts mit dir zu tun haben, aber man hat gerade gesehen, dass die von Crash 3 kam. Habt ihr das gesehen? So, diesmal hab ich die Sequenz nicht weggedrückt. Bist du da, ist er. Könnte ich die schon? Nee. War das nicht, dass er jetzt? Irgendwann zwischendurch macht? Dass er jetzt schmeißt? Ja. Ja. Das war ja richtig schwer. Ich muss mal gucken, ob man das nochmal sehen kann. Ja, guck. Die kommt aus Crash 3. Ist mir vorher nie aufgefallen. Äh, hoch wollen wir, ne? Plant Food. Dass das immer so spät kommt. Gut gemacht, die Komodo-Brüder waren dir nicht gewachsen, aber jetzt bloß nicht übermütig werden. Es sind noch viele Kristalle zu bergen. Denk dran. Die Welt zählt auf dich. Okay. Da gibt's einen gelben Edelstein. Das war doch auch so ein Level mit dem Vrumm. Da gibt's doch bestimmt... Da gibt's doch bestimmt was mit Zeit. Weil ich glaub, das ist das letzte Vrumm-Rumm-Level. Das ist ein Telindemann-Kortex. Hier gibt's doch Zeit. Oh, haben wir auch noch nicht gesehen. Der Kordler. Ich muss den Chat einfach mal außer Acht lassen. Das wird hier... Äh, langsam ein bisschen... ein bisschen erbärmlich. Wir machen erstmal das Level normal. Und dann machen wir die Zeit. Hier war das, glaub ich, wo man am Ende ne Maske braucht. Das ist irgendwie lustig. Hier kann man mit Quadrat und Kreis... kann man boosten, ne? Man hat immer... die Auswahl... beim Rutschen... zwischen R1 und Kreis. Oh. Dass ich schon in dem ersten Licht reingegangen bin, ne? You play so good, ne? I don't play good. This is totally shit. Oh, Mann. Toll. So, jetzt aber... jetzt aber... richtig. Was ich jetzt erklären wollte. Mit R1... und... Kreis kann man normalerweise rutschen. Und ich finde das ein bisschen komisch, dass man das hier nicht kann. Also, dass man hier mit R1 nicht boosten kann. So. Okay, man braucht... Wer ist das hier? Ich weiß nicht. Nix Alkohol. Es ist immer noch alkoholfreies Bier. Ich weiß nicht mehr... Und... Ich weiß nicht mehr... ... Haus. Er ist auch... Aber Massen gibt es ja hier en masse. Also zwei auf jeden Fall. Eine haben wir schon mal kaputt. Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen, weil da hinten kommt nochmal eine Stelle. Also hier... Ich glaube, mit einer Maske kriegt man das hin. Aber es ist halt... Bisschen schwierig mit einer Maske. Und da hinten kommt man, glaube ich, ganz gut rum. So, ja, da kommt man ganz gut rum. So, Hammer alle. Wunderschön. Kommen wir uns jetzt noch an die Zeit. Ja, gut, da sind 0,1% Alkohol drin, aber trotzdem. Weniger als 0,5% Alkohol. Das ist gut, Crash. Wir machen jetzt noch das... Zeit. Die eine Maske hätten wir ja schon. Das ist ja ganz praktisch. Wenn wir die bis dahin behalten, natürlich. Den nehmen wir mit. Weil das geht ja hier in den Spiel anscheinend. So, geht gaisen. Knappe Kiste. Nein, 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 nein. Du Kind, ey. Nein. Ich bin so dumm. Ne, die sind, glaube ich, verkürzt worden. Ich würde auch mal gerne wissen, wie man sowas patcht. Also, dass man das beschleunigen kann. Also, irgendwas muss ja weniger geladen werden oder erst während dem Spiel geladen werden. Also, sowas würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das geht. Dass man das so wegmachen kann. Und dann geht's noch weiter. Wenigstens hat man ne Mitleidsmaske. Ach, Mann! Hast du nicht vergessen?